Schön, dass Sie da sind. Mein heutiges Thema ist, wie hängen Vitalstoffe mit Hormonen und Symptomen bzw. Beschwerden zusammen? Mein Name ist Christine Rosatano und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormon Power. Es wird eine Serie geben und der erste Teil geht heute um Vitalstoffe, die man diese essentiellen Aminosäuren nennt. Warum sind die so wichtig für unsere körpereigenen Hormone? Denn diese steuern ja fast alles. Die steuern Gehirn, Psyche und körperliche Themen. Aminosäuren, die essentiellen 8 bis 9 sind deswegen so wichtig, weil der Körper diese nicht selber machen kann. Es gibt ja Aminosäuren, die kann der Körper selber herstellen, aber diese 8 bis 9 essentiellen Aminosäuren braucht er jeden Tag von außen. Warum sind Aminosäuren so wichtig für Hormone? Das ist Basisfutter für Hormone, denn unsere Hormone binden sich im Körper an diese Eiweiße. Das ist die Eiweißbindungskapazität und werden dann auch transportiert zu den Rezeptoren. Und wenn zu wenig Eiweiße da sind, essentiellen Aminosäuren, dann funktioniert der Hormonhaushalt einfach nicht optimal oder schlechter als er eigentlich sollte. Darum sind die essentiellen Aminosäuren so wichtig. Punkt 1 für Hormone. Punkt 2, diese 8 bis 9 essentiellen Aminosäuren sind auch sehr wichtig als Basis für jede Zelle unseres Körpers. Das ist die Basis, dass eine Zelle auch gut funktionieren kann. Also hier zwei ganz wichtige Themen, wofür Aminosäuren hier sehr wichtig sind. In den nächsten Videos erfahren Sie auch Interessantes über andere Vitalstoffe, warum die mit Hormonen und Beschwerden zusammenhängen. Heute möchte ich Sie noch darauf informieren, dazu informieren, dass ich eine neue Seite auf meiner Homepage habe, die heißt Vitalstoffe für die Symptome und da habe ich mal zusammengetragen und die Liste wird auch erweitert. Da sehen Sie eine Liste von Symptomen, Beschwerden und mit welchen Vitalstoffen man auch was tun kann gegen diese Symptome und Beschwerden. Natürlich spielen Hormone eine Rolle, das ist das eine und das zweite Wichtigste ist, welche Vitalstoffe kann man einsetzen, um gegen diese Beschwerden und Symptome was zu tun. Im nächsten Video werden Sie dann über andere, weitere Vitalstoffe erfahren im Zusammenhang mit Hormonen und mit Symptomen. Sie sehen unten verlinkt auch, was man beachten sollte bei Aminosäuren, dass man für das, was man auch einsetzt, dass man gute Qualität bekommt. Und Sie sehen auch die Seiten noch verlinkt, wo Sie die Liste sehen von den Symptomen, Beschwerden und welche Vitalstoffe man dazu auch einsetzen könnte. Bis zum nächsten Video, wo dann auch das nächste, der nächste Vitalstoffbereich dran kommt. Bis bald, Ihre Christine Rosatana.